Ja, genau so wie ich. Ha, Pust. Es geht echt wenig. Weiß ich eigentlich? Ja, das habe ich. Oh mein Gott, so. Wie? Hier unten ist eine Höhle. Ja, hier unten ist eine Höhle. Äh, geil. Wo? Äh, Kotz. Okay, Gravel sieht mit dem TP natürlich echt super aus. Und wo kommen die ganzen Kühe her? Komm, Kühlschubsen. Alter, Kühlschubsen ist nah. Jetzt muss ich ja auch echt vorsichtig sein in den Höhlen. Jetzt sind ja Monster an. Frontflip Kick Hit. Okay, das ist eben nur eine kurze. Aber jetzt bauen wir hier mal eben die Kohle ab. Kohle ist wertvoll, Kohle ist gut. Okay, eigentlich ist sie nicht wertvoll, wenn man Kohle hat. Aber ja, eigentlich genügt. Genug, wie auch immer. Ja, ich habe auch ganz viel Kohle. Eine hochphilosophische Frage. Kann man jemals genug Kohle in Minecraft haben? Eure Meinung? Äh. Mann. Ja, kann man. Eindeutig nicht. Ich habe vier Leder erst. Omfg. Was ich denn gerade gesagt? Obfg. Obfg. Auch so ein tolles Wort. Oh, Genbaum. Den lasse ich mir lieber stehen. So. Gehen wir hier in diese Auskühlung. Tak. Y68. Ja, toll. Und wie komme ich jetzt da wieder hoch? Oh, wie denn das sieht doch mal episch scheiße aus. So mickrig vor allem. Scheiß, was habe ich denn da jetzt im Misting gebaut. Naja, immerhin. Einhauen. Jut. Dann versuche ich hier mal irgendwie runterzukommen. Habe ich gerade eben schon versucht. Das ist tatsächlich möglich, aber nur sehr schwierig. Wo seid ihr dann? Bei mir im Haus. Genau. Ich bin der Typ mit der Achse in der Hand, der dich verfolgt. Oh mein Gott. Ein verrückter Serienkiller im Männer-Tanga. Wer mich verfolgt. Mit einer Brötchentüte auf dem Kopf. Oder was immer was sein soll. Und wo bin ich? Ach, in den Wolken. Ja. Ein Handlager-Typ in Tang heißt immer gut. Jan, du bist doch letzt mal in dieses tiefe Loch reingesprungen. Wo ich nicht hinterher bin. Ja. Ist da irgendwas? Ähm, nein. Es wird Nacht. Es wird Nacht. Scheiße, ich hole lieber auf dem Loch wieder raus. Äh, wo war ihr? Die ganze Zeit in einem schönen Haus. Und jetzt renne ich. Stufen sind cool. Oh, Stufen ist ja nicht Verschwendung. Nein, Stufen sind cool. Naja, die sind cool, aber Verschwindung. Also in diesem Falle. Ja, wahrscheinlich schon. Wie tief bin ich eigentlich schon? Also ich muss, ich bin, oh, ich bin gerade auf 105, ich muss auf 68 mindestens runter. Ihr habt ein Haushuhn bei euch? Cool. Natürlich. Jeder anständige Mensch hat heutzutage einen Haushuhn. Und... Hast du einfach keins? Henning, du bist jetzt wahrscheinlich... Wieso kann ich hier keinen Sand abbauen? Weil, baum. Und wo ist... Ach ja, geil, Robin hat sein Bett mitgenommen. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Mein Bett steht oben im Turm. So, sag das doch. Meins, nehme ich. Gewonnen. Gewonnen. Hey. Äh, Jan, jetzt müsstest du noch zu eurem Haus kommen. Ich muss schlagen. Ja, willst du mich eigentlich... Ja. Ist klar. Ich will Sand. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Du hast Sand abbauen, der kommt direkt wieder. Liegt das am Spawnpunkt, oder? Ja, ich vermute das nicht am Server. Oder an uns. Äh, jetzt bin ich bei eurem Haus und jetzt seid ihr nicht da. Super. Ja, Jan, hast du jetzt... Boah, jetzt hat Jan Robbins Bett mitgenommen. Ja, auch geil. Spitzst du eigentlich? Ja, klar. Dann nehme ich dein Bett mit. Boah, Leute. Können wir jetzt mal aufhören? Das ist ein Let's Play together. Und nicht gegen das. Können wir vielleicht mal ins Bett gehen? Ich liege im Bett. Hedding? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Bett. Und mein Handy bin mal. Ich sollte halt vielleicht nicht in einem X-Best schlafen. Vor allem, wenn ich das andere Bett eingesteckt habe. Ja, dann ist das irgendwie eher ungünstig. Warte. Einmal die Musik lauter machen. Das liegt ja so nicht cool. Oh mein Gott, jetzt schlafe ich mit einem Verrückten in einem Haus. Kopf an Kopf. Also, fast Kopf an Kopf. Ich bin total verrückt. Nicht verrückt. Du hast einen Männer-Tanga an. Und eine Brotküte aufgebaut. Ich habe ein Flett von der Kiba. Männer-Tanga sind pur. Na, nicht wirklich. Ja, ich habe Sand. Ja, freu dir anerst. Ja, darüber haben wir beim letzten Mal schauen. Und hier ist ein Cave. den wir schon bereits gefunden haben. Und irgendein Idiot hat Eisen vergessen. Und ich höre ein Skelett. Tja, kommt vor. Oh Leute, irgendwie habe ich gerade keinen Bock auf den Tunnel. Ganz im Ernst. Dann mach ihn doch nicht. Den machen wir irgendwann anders. Habe ich mir gerade so überlegt. Was mache ich denn in der Zeit? In der Zeit. In der Zeit. Ich mache mir jetzt erst mal ein paar Zäune. Ähm. Oh. Okay, ich singe nicht. Sehr freundlich. Wow. Ja, so ging das zwar immer gut. Na, geiler Skin. Na ja. Warte. Kannst du mal aufhören, mich zu schlagen? Nein, ich häng fest. Scheiß drauf. Übrigens. Da muss ich jetzt halt mein ganzes Haus. Ja, mit 64 so. Übrigens, rück mal ein Bett raus. Ich habe kein Bett. Ach, du redest mit Jan. Sag mir das doch. Du bist wo. Alter, euer Haustuhl schützt mich. Wo bist du? Äh, hier im Haus. Wow, frisst das. Was meinst du, woran ich heute Nacht geschlafen habe? Bestimm mir im Bett, was ich dir jetzt halt in der Hand gehalten habe. Hey, Henning, du hast meine Erde. Rück meine Erde raus. Da ist er. Jetzt habe ich sie wieder eingesammelt. Jetzt nimm sie. Los. Mach. Ja, du musst auch wegrennen. Ja, geht nicht. Ich bin hier gerade im Crafting Table beschäftigt. Super. Was machen wir jetzt eigentlich? Also, ich baue mir, ich baue uns jetzt gerade den, 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 den Garten für, weil, äh. Warum? Nein, für, weil, äh, hier, Zuckerrohr und so. Stimmt, ich habe das Zuckerrohr übrigens. Nein, ich habe das, äh, beziehungsweise wie viel Zuckerrohr hast du? Vier. Dann gib mir das mal, ich habe nämlich acht. Kann ich direkt mehr anbauen. Wo bist du? Wir tauschen gegen die Erde. Äh, wo bist du? Wo bist du? Where are you? Hör ab, Jan. Nein. Ach da. Äh, ja, Robin. Kommst du? Oder bleibst du stehen? Oder? Jetzt hier rück die, äh, rück das Zuckerrohr raus. Ob da hast du deine Erde. Boah, voll fair. Was ist eigentlich mit meinem Bett? Steht das oben oder steht das nicht oben? Ich habe dich damit gerade eben dreimal abgeworfen. Du hast es nie aufgenommen. Oh, Mann. Okay. Dafür bekommst du auch dein Bett. Haben wir eigentlich... Nein, können wir ja noch nicht haben. Also, wenn einer von euch Knochen hat, dann macht uns mal, macht uns mal, wie ist die Tür gerade wieder zugegangen? Ähm. Bone Meal oder was? Ja, macht uns mal Bone Meal. Ich möchte nämlich, äh... Was möchte ich denn? Bam, 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 bam. Ähm. Boah, voll verwirrt gerade. Ich möchte nämlich, äh, hier hohes Gras haben, damit wir uns auf dem Gewächshaus machen können. Boden. Jetzt hier einfach ein Zaun drin ist, äh, einfacher als Glas. Und ich habe einen Knochen gefunden. Ja, das ist gut. Dann verarbeite ich ihn zu Bone Meal und mach hohes Gras. Ihr werdet mit Hundis. Boden. Ja, irgendwo. Mach hier so. Dann kombiniere ich die beiden Dinger nämlich direkt. Wenn ich mehr als einen... ...bereich... Ich kann Bock mehr auf das Lied, so. Oh, Meal sieht ja aus wie so ein zerknülltes Stück Papier, ja, aber... Ja, standard sich der Peck. Äh, danke. So, hast du irgendwelche Seeds da draus bekommen? Wenn ja, gib mir die. Ich habe noch drei. Ja, dann gib mir die mal. Nein, ich meine, äh, Knochenmehl. Ach so, ja, dann mach hier und ernte die ab. Ich gucke mal in der Zeit. Alter, was denn jetzt? Kein Plan. Wer von euch cheatet gerade? Ach so, der lässt Gras wachsen, oder wie? Ja, mit Knochenmehl. Das war ein letztes Change drin. Steht sogar ein Change-Lock. Ja, 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 ja. Ich habe zwei Seeds. Ja, gebt mir die mal. Hier. Zu mir damit. Wo? Hinter dem Haus, auf der anderen Seite. Oh, blödes Fuh. Gott. Pfeif dich. Ey, der ist auch unbeabsichtig, dich. Ja, bei mir war es auch unbeabsichtig. Ja, 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 ja. Ich sterbe gleich, verdammte Hacke. Ich gehe auf Freienjagd. Hier, friss. Nom, 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 Kerne. Oder was auch nichts von mir aus, auch Samen. Kerne sind Samen. Bestellbar. Aber Samen sind nur mit den Kernern. Oh mein Gott, Leute, nehmt mir das jetzt bitte nicht übel, wenn ich dieses Lied überspringe, aber das ist scheinbar aus Twilight. Also steht... Warum ist das in deiner Playlist? Das frage ich mich gerade. Ey, ich habe nur eine Frage. Da man, ja, durch dieses Gras jetzt dieses Seeds bekommt, bekommt man das dann nicht mehr durch die alte Methode? Richtig. Das ist scheiße. Ja, finde ich eigentlich auch, aber dadurch, dass man jetzt auch das hohe Gras durch Baumwimmel wachsen kann, das ist eigentlich wieder recht okay. Was habe ich denn da ein... Wieso habe ich nur ein Fleisch? Klappt das eigentlich auch, wenn man damit auch einen Baum zieht? Weckst du dann da drum herum auch hohes Gras? Ähm, nein, soweit ich weiß nicht. Da ist eine Zung. Und du weißt ja bestimmt die Zeit, wie lange wir aufnehmen, ne? Weil ich nehme mir Flaps auf und Flaps... Das ist schon 26 Minuten gerade. Wir sollten jetzt vielleicht auch mal einen Cut machen, weil zwei Folgen reichen erst mal. Und dann brauche ich nicht so lange rendern. Weil ich nehme ja komprimiert auf und nicht mit Flaps und so. Und da dauert das dann schon mal etwas länger. Also würde ich sagen, wir machen da jetzt gleich mal den Cut. Auch wenn wir in diesen zwei Folgen eigentlich absolut nichts geschafft haben. Wow, du renderst das Komplette und dann nochmal die Einzelnen auch nochmal, oder wie? Nein, aber das Programm, mit dem ich halt aufnehme, ist ein wenig blöd. Weil es speichert die halt nicht so wie Flaps direkt auf der Festplatte. Sondern muss die nach dem Aufnehmen erst rendern. Das ist ein bisschen irrenrissig, aber... Okay. Dafür habe ich in-game nicht so viele Lags. Beziehungsweise momentan habe ich dadurch eher noch mehr Lags. Ich werde es nächstens auch mal mit Flaps probieren, glaube ich. Das kostet ja auch nicht viel. Eben. Okay. Sollen wir die Aufnahme dann mal beenden, obwohl wir nichts geschafft haben? Nö. Doch, weil es wird jetzt gleich dunkel und so. Und ich muss noch Sachen packen fürs Wochenende. Und überhaupt. Wir können uns ja gleich, wenn es dunkel wird, ins Bett legen und da dann beenden. Jo, da bin ich irgendwie total dafür. Das könnte aber noch etwas länger als zwei Minuten dauern. Und wir haben nämlich nur noch zwei Minuten Zeit. Und wenn wir die zwei Minuten überziehen, müssen wir drei Folgen daraus machen, was relativ scheiße wäre. Ein Schwein in einem Cave. Kommt vor. Ö. Ein Schwein, das kein Fleisch hinterlässt. Ach, das kommt vor. Ein Schwein, eine Spinne in einem Cave. Abgemagert. Zwei, drei, also ich glaube, entweder jetzt ein Spinn-Spawner oder hier laufen einfach nur so aus Spass drei Spinnen rum aufeinander. Okay, hier ist voller. Und was ist das? Achso, das ist ein Loch. Ähm, äh, ja, äh, wieso? Ja, geil. Okay, ich glaube, das liegt echt am Spawnpunkt, dass wir da nichts bauen oder abbauen können. Ach, das könnte die Spawn Protection sein. Jetzt kommt ins Haus, Leute. Wir haben schon 29 Minuten. Ich habe keinen Bock, drei Folgen daraus zu machen. Äh, wir können auch hier beenden. Macht keinen Unterschied. Okay, dann, ähm, wir haben absolut nichts geschafft. Was werde ich anfangs... Doch, ich habe eine Hülle entdeckt. Ja, von mir aus. Ich auch eine kleine Hülle. Super. Ist ja jetzt auch egal. Also, wir haben eigentlich fast nichts geschafft. Mal schauen, ob wir in den nächsten Folgen mehr schaffen oder weiterhin nur dumm rumlabern und scheiße bauen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Au revoir.